Einen wunderschönen guten Tag und schön hast du wieder reingeschaltet zu die Siedler 3. Die vierte Kampagne steht dann mit der Mission am Finten. Wir müssen die ganze Insel erobern, die Niederlage ist klar, wenn wir verlieren. Was gibt's noch Besonderes? Sichern Sie die Landbrücken und versuchen Sie ein Keil in das gegnerische Land zu schlagen. Aber vernachlässigen Sie nicht Ihre Verteidigung. Verteidigung, okay, also ich weiß nicht, wie viel Platz da wirklich dazwischen ist. Nicht, dass wir wieder so Platzmangel haben, wie in der letzten Kampagne. Gut, ich würde mal sagen, Augen zu und rein. Oder durch. Aha, so sieht das aus. Gebaut ist anscheinend noch nichts. Das hier noch ein bisschen. Hier haben wir Schutzfelder, haben wir schon Sägewerk. Wir schauen gleich schon mal. Nö, haben wir nicht. Glaub ich hier hin, möglichst nah heran. Dann machen wir nochmal einen Holzfäller. Glaub ich jetzt hier oben hin. Plus ein Börster nochmal. Glaubst du die Festung behalte ich und alles andere werde ich dann einreißen. Machen wir nochmal einen Holzfäller. Was hier wegkommt, natürlich Stein. Einen Steinmetz haben wir hier. Dein Sägewerk sollte reichen, glaube ich. Gut, den haben wir hier. Du kommst da hin. Hier haben wir noch einen Soldat. Den schicke ich runter. Hier haben wir noch ein paar. Oder hoch. Ähm, Angelruten haben wir auch wieder ein paar rüber. Du kannst schon anfangen zu suchen. Ähm, weil das Sägewerk steht, haben wir eigentlich alle Ressourcen schon zusammen. Also der hat schon alles. Wir beginnen schon mal mit der Fischerhütte. Wie immer. Und gleich mal da rein. Mal da anfangen zu fischen. Ähm. Haben wir irgendwo Sumpf? Sumpf haben wir nirgends. Schade. Eisen haben wir. Mal nicht schlecht. Dann machen wir hier oben schon mal eine Weizenfarm. Und zur Sicherheit schon mal einen Brunnen. Plus die Hühle. Und eine Bäckerei. Was wir noch ziemlich schnell brauchen, sind dann wieder Siedler. Machen wir hier ein mittleres. Machen wir hier sonst in die Ecke in Spähposten hin. Oder dass wir da ein bisschen aufgedeckt haben. Dann kann ich das hier nämlich einreissen. Zieh die da nach oben. Hier kommt ja das Gebäude hin. Das passt hier eigentlich auch ganz gut. Aber dann hier. Spähposten hin. Und dann hier ein bisschen aufdecken. Machen wir die und die da auch weg. Den da hinten braucht es eigentlich auch nicht. Die könnten da schon mal ein Ding hin bauen. Nö, 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 nö. Eisenerzbiene. So, die haben wir. Geh mal da rüber, bitte. Mal schauen, was wir da sonst so haben. Dann können wir das alles danach wegholzen. Dann können wir hier eigentlich schon mal wieder einen Bauernhof dann hinbauen. Aber wir warten jetzt mal kurz. Wir möchten dringend noch einen Sumpf. Der hier kann weg. Haben wir hier eigentlich schon mal eine kleine Armeeversammlung. Du kannst da weitersuchen. Du willst mir was sagen. Eine Siedle zur Verfügung. No. Hauptsache das Sägewerk ist besetzt. Man muss sich schauen, dass wir das hier möglichst schnell fertig haben. Hier wäre dann noch ein guter Platz für eine Fischerhütte. Wir warten mal, bis er da gleich der ein oder andere Stein abgebaut hat. Bling, bling, bling. Ja, ja, ja. Es bellen an Kiedler. Wird aufzuschaufeln da oben. Hier, Trio. Wir haben Kohle. Nice. Auch weg. Dann schauen wir mal nach da hinten. Wie kann man hier noch eine Fischerhütte bauen? Nö. Zu steil. Dann mit den Brettern. Steine haben wir mehr als genug. Brauchen wir einen dringenden Träger. Dann mit den Rohstoffversuchen. Wir schauen, hat auch nicht Platz. Aber wir könnten schon mal wieder die Sachen einstellen hier. Na, ist rüber. So ist fein. Hier auch. Plus das Rot natürlich. Perfekt. Mehr Eisen. Na toll. Genau das, was wir am wenigsten brauchen. Zwei Bretter. Haben wir den Angler noch. Er gibt schon Vollgas. Sie breiten uns mal in diese Richtung zuerst aus. Da kommt ja gleich der Gegner. Das, was wir da hinten haben, haben wir. Oder wir reißen die Fässung ein und behalten das hier. Wir sind nicht so neu an der Front. So, das hat alles. Und unglücklich. Was alles aufgebaut ist, bauen wir gleich nochmal ein Wohnhaus. Damit wir da sicher sauber eingedeckt sind. Dann bräuchten wir sich hier schon mal eine Kaserne. Schade, ich dachte, die hätte hier Platz gehabt. Aber ja, nun wäre auch eine Option. Wir müssen schauen. Den Soldat lasse ich hier mal. Der deckt da noch ein bisschen auf. Wo die Siedler kommen. Perfekt. Okay, wir werden als Bauarbeiter. Ein paar stehen rum. Ja, 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 ja. Das Problem ist gleich gelöst. Was haben wir denn hier unten? Mal da nach. Mache ich schon mal ein paar Pioniere. Gut erreichen. Ihr könnt sonst... ...ja, da rüber. Mal ein bisschen Brot. Das ist schon mal etwas. Sie kann dann auch alles weg. Ähm. Waffenschmiede. Was hier bauen. Wenn da eine Kaserne jetzt noch reindrücken könnte. Sehr schön. Aber ich reise wirklich das ein hier. Gut. So, da hin. Wir kämpfen uns so da durch. Nach unten. Stoffe suchen. Ihr könnt hier mal Land einnehmen. Und hier noch ein Spähturm. Hier noch ein Spähturm. Und in die Ecke rein. Das wird fleissig geholzt. Der ist noch nicht 100% ausgelastet. Also brauchen wir auch noch kein zweites Sägewerk. Und hier noch ein paar Spähturm. Dann haben wir noch einmal Kohle. Das lasse ich. Dem mal mit dem Erkunden. Viel Einfachsumpf. Vielleicht baue ich hier gleich auch noch mal eine Farm hin. Ähm, sowas nämlich. Nicht weit oben. Hinsetzen. Die Siedler sieht aus, also da will ich da nur noch sieben. Jetzt drücke ich hier in die Ecke rein. Passt. Ich meine jetzt, oh, schade, hier ist nur Stein, ne? Wer weiß, wir finden wieder so eine Anhöpfung von Waffen. Okay, hier ist mal nichts. Dann geh mal runter, baue. Diesmal haben wir, glaube ich, keine Nahrung am Lager. Nichts soll danach aus. Kohle brauchen wir dringend. Ah ne, da oben ist er, ist dachte schon. Hm. Okay, ist Kohle, wunderschön. Dann bräuchten wir aber auch noch Gold für die Offensive. Okay, dies 50. Der Pautsch und Weizen haben. Was wir da haben. Also mal ein bisschen marschieren. Gut, hier haben wir dann bald verbunden. Musste ich viel Sumpf sein? Ich brauche einfach etwas. Ah, hört hier auch schon auf. Gerade. Von da kann er mal nicht kommen. Brauchen wir ihn mal da runter? Aber gemein, wenn wir da zahm, da passt gut eine Fischerhütte rein. Wasser wird geschöpft. Ich könnte noch eine Fischerhütte rein. Für hier. Ich gehe vielleicht da nochmal in den Wurzfäller. Ich müsste warten, bis ich da ein bisschen mehr angenommen habe. da geht es schon mal rüber. Über einen Zickzack-Schritt. Da habe ich, glaube ich, sie. Obwohl, hier springt er auch rum. Besser da angeln. Okay, das ist ja wirklich mehr auf diese Seite. Vielleicht kommen wir dann besser hier nach unten. Dann kannst du mal da rüber marschieren. Denn hier braucht es eigentlich gar nicht mehr, aber dafür haben wir schön aufgedeckt. Die sind alle noch schön brav beschäftigt. Hier könnten wir nochmal Kohle hinbauen. Kohle, 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 Kohle. Wunderbar. Wo ist mein Geologe? Hier. Ich darf aber nicht. Komm mal hier hin. Hier läuft es mit dem Sägewerk. Fünf Stämme. Sonst hier hin klatschen. Hier haben wir Sumpf. Nice. Noch keine Gegner. Ich darf mal ein bisschen da runter. Versuchen wir hier die Tempelsachen aufzubauen. Und dann könnten wir einen Mönch mal sicher nach oben schicken, wo wir die Sachen respawnen lassen können. Grosse Wohnhaus. Ich darf noch 24 Bretter. Holen wir die Ecke hier noch, dass da unten können wir stehen lassen. Das ist ja eh totes Gebiet. Na mein guter, such mal. ist es so weit, es könnte wie noch eine Eisenschmelze gebrauchen. Ah, hier ist das Zeug im Weg. Auch hier nochmal einen Holzfäller. Was soll das hier wegmachen? Ja, so, hier anfangen. Ne, nochmal nachkorrigieren. Gut, hier ist alles aufgedeckt. Hier auch. das Bischerhütte. Hier kommt dann der Spähturm. Was willst du mir sagen? Ah, ja. Schwefel und Kohle. Okay, jetzt vielleicht ist nicht hier Gold. Holzfällerhütte. Dann nochmal Rumpf. Okay, hier kommt der Blaue. Wir haben es ja bald. 20 Bretter, das ist Dammtvieh. An denen die Eisenerzlinie ist fertig. Ole ist hier fertig. Mach es hier mal Lucky, Lucky. Mal hier stehen bleiben. Yes, Gold. Ich möchte mir noch eine Goldschmelze. Was ist da hinten? Was ist da hinten? Zwei Bretter, das braucht noch sechs. Wir machen die Sache zuerst mal fertig hier. Okay, ich sehe hier eigentlich genug, aber wir können es ja mal hinterlegen. gut gemacht. Ich stehe da mal hier hin, wenn ich mal finde. haben wir noch genug Träger. Acht haben wir über das wir da oben abstellen. Sonst bauen wir lieber zuerst mal das Sägewerk fertig. mal schnacken. drei, dann noch eins. Das ist das hier hopp hopp Dann fölfst du mal Kops an, dann holst du mal eher hier. Guckst du die Gegend. Kann man auch ein bisschen anpassen wieder, mal rüber. Und die sind gleich fertig. Nämlich auch nicht verfehlen und dann versuchen wir da mal irgendwie rüber zu schlängeln. Das dauert jetzt halt nicht, bis der Platz frei ist. Gut, die haben mal nichts zu tun. Die können schon mal hier hin. Ich hoffe, das geht ein bisschen nackiger. Müssen die Stämme ein bisschen mehr verteilen. Ich hoffe, der greift mich nicht in der nächsten Zeit an. Drei. Die sind jetzt hier. Habe sie schon gesucht. Da hat es hier auch Kohle drin. Mit einer eigenen Produktionskette bei hier unten. Dann holt den Stein da noch und dann lassen die den Rest stehen. Den Schniefel hier kommt es dann auch nicht mehr an. Sehr schön. Ich bin auch mal da hin. Ich bin überlegen, ob ich da kurz die Priorität drauf setzen soll. Und ich mache jetzt da mal die Fischerhütte. Das Sägewerk wäre auch gut. Äh, den Holzfäller. Eben. Ah, cool. Dann will der Rad weiter schon. Aha. Das ist näher, als wir dachten. Der Hund. Aber auch blau, so wie der da unten, ne? Ah. Das muss ich sagen. Scheiß drauf. Wir bauen die Schmelze einfach halt hier hin. Wo ich es eigentlich gerne hier oben hätte. Das ist gleich fertig. Das hat gleich seine Bretter. Noch eins. Das kommt. Braucht drei. Das braucht drei. Okay, das kriegt jetzt die Bretter über. Perfekt. Der Perfekt ist anders. Aber ey. Das ist nichts. Ich seid alle da. Na dann, alle ob. Können alle sein. Ich könnte den Turm auch da hinten hinbauen. Aber wir lassen das mal. Ich könnte so eine Schlange runterziehen. Wie ich ja sagen. Kommt mal da hin. Dann hier wieder Land einnähen. Wir müssen möglichst schnell hier hinkommen. Und da breiten wir uns dann aus. 19. Ich zögere das nicht so weit raus. Da hin. Land einnähen. Nehmen sind ja hier die Bäume im Weg. Gott sei Dank. Ich gebe den Steinfluch hinsetze. Später. Der wird sich doch darüber freuen. Da Ägypten. Da. Mal schauen, was ich da alle habe. So. 14 Bretter. Mal schauen, was ich da hinbauen kann. So hin. Wo könnte ich hier eigentlich helfen gehen da oben? So. Vielleicht noch einen längeren Laufweg. Lux. Und ihr macht das super. Ich gebe da hin. Rande einnehmen. Um hier irgendwo gleich einen Holzfäller aufzubauen. Ein Stück. Drei kommen. Und jetzt noch sechs. Und vier. Ich will zumindest nicht mehr viel. Okay. Gut, aber das war es auch schon wieder. Leider für diese Folge. Wohnhaus muss gemacht werden. Wir brauchen unbedingt Platz für die Schmelze. Und das da unten brauchen wir. Sollten wir vielleicht in der nächsten Folge alles hinbekommen. Ich sage aber jetzt wieder mal vielen Dank, dass ihr eingeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heisst, die Siedler 3. Und ja, ciao zusammen.